...betritt das Surtau, genauer gesagt den Lamm-Hamm. Amen, Jesus! Amen, Cäsar! Amen, Cäsar! Amen, Cäsar! Amen, Cäsar! Amen, Cäsar! Wieso schlägt der innen und dir zu, Cäsar? Und dir nicht. Neopatratum. Was ist das im römischen Licht? Es ist Zeit, dass die Gleichberechtigung im römischen Licht ernsthaft geführt wird. Solange ich in Ruhe an der Macht bin, bleiben die Trauer am roten Kässtor. Ist das eine künstlose Gegend? Es ist alles fruchtig und grün. Nehmen wir halt mit dem Cäsarion. Mir gefällt's. Mir. Ich schenke auf die Schweizer und Türen. Die Läume ist verrückt. Ich gebe halt. Schüsst du Juli auch. Und? Siehst du? Da geht's von Rauwunden. Das ist eine für Sie. Das ist für Sie. Können wir ein wenig in den vorigen Bach von Stasi? Sollen wir vor? Lanizifus! Was ist für Zeit? Oh, Cäsar! Mein Gebieter! Du! Ist ausgestiegen! Schon wieder! Cäsar! Mein Herrscher! Die Sonne! Ist unten da! Dann soll das Volk den Sonnengott beschwören. Möge die Sonne ab jetzt länger scheinen. Ja! Läume kann ich den Hover nicht abtragen. Wieso? Ist doch ein Lauschungsplätzchen da am Langenhang. Nichts scheret der, sondern die Däume verabtragen an. Warum? Wir färfen das Meer. Wir färfen den Sand. Wir färfen mir ein Sonnenuntergang. Planizifus! Die Würfelskrieg fallen. Lär da am Langenhang oben am Kielstedt ein Gebäude in Rechten. Es soll so gebaut werden, dass in § 1323 immer noch auf dem Fundament am Langenhang genettet wird. Oh, Cäsar! Mein Herrscher! Oh, was für eine Bedeutung soll das Gebäude haben? Woher soll es sein? Der Ostzucht soll nicht stehen! Oh, Cäsar! Wie Sie meinen! Los, macht Ihr Seil! Nein, der Seilnet sich nicht von allein! Oh, Cäsar! Wie Sie wünschen! Jetzt verstehe ich mich mehr an die Angst von Paracifus. Nein, heisst das, um es euch AXIETATEN zum Nachnamen. Und das gedacht ich? AXIETATEN bedeutet Angst. Angst, Wilma. Er ist der Schlechtseitater. Was? Wir holen doch mal an die Angst. Mit grossen Höller aus der Stadt. Dort werden Sie einen schönen Schirm gezüchtet. Ihr könnt dann aber durch die Ferien machen und dritten lernen. Was? Durch die Ferien? Hat es keinen Sand? Kein Meer? Wir können dort durch die Ferien! Ich schon! Aber ich kann nicht warten bis es fertig ist. Ihr könnt jetzt gerade! Oh! Wir gehen hier gerade! Oh! Cäsar! Wie herrsch! Hier! Das ist ja komisch, oder? Ich kann mich übermerken. Länge rein. Länge zusammen. Länge rein. Ja klar, dann kann es! Länge rein. Das ist so... ...plan... Oh! ...planitifus AXIETATEM! So soll es bald werden. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Planitikus, ist das nicht schade, weil sie schön grün, grünen wiesen? Der Cäsar, der hält einfach ab und seine Gaufe wäre ganz sicher nie da nicht für ihn gekommen. Wie, ich mache nur, was der Cäsar ist. Ich komme doch nicht vor den Läuern. Und wenn ich sich aus dem Tansch vor dem Cäsar und so lute, dass der Gutshof weiter Stein in Stein aufgebaut wird, im fertigen Gutshof werden Rösser gezüchtet, es wird wie ausgeschenkt und ein Bad & Breakfast-Botter. Und alles wird regegenutzt. Doch nach dieser einigermassen glücklichen Römerzeit kommt 500 Jahre nach Christus zu der ersten grossen Wende in dem Gebiet. Der Gutshof steht jetzt schon hunderteile Jahre da Stein auf Stein an Planitikus. Der hast du gut gemacht. Alle Männer, glaubt ihr, im Maingebiet? Das erste Mal kriege ich dich nicht dröhnen zusammen. Nein! Nein! Nein, bitte Gutshof, meine schönen Bauern, Die schönen Steine habe ich alles kaputt. Lass doch keine Lütze in meine Arme für die Katze. Nein! Das Girafla leitet sich aus. Der Gutshof, der ist Geschichte und Natur. Er oberet sich Stück für Stück für ihr Land zurück. Der Gutshof! Der Gutshof! Der Felshof, der Gutshof, der Gutshof. Ja, was bedeutet auch. Ja, das wird wieder.